Was ist der Preis? Der Preis selbstverständlich, die Zeit und die Qualität, das wusste ich vorher nicht, aber da bin ich ganz zufrieden. Und ich habe dann gleichzeitig auch Urlaub hier gemacht, das war ja auch schon. Die Kompetenz, alles ist sehr hygienisch, die Freundlichkeit, aber wie gesagt, hauptsächlich meine Ärztin, die ist top. Die Kompetenz, alles ist bestattt und dasselbe, dasselbe, dasselbe und die Abonnenten sind, dasselbe, dasselbe und die Abonnenten sind, und die Aufmerksamkeit im eigenen Ort hat.